Hallo und willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play With More. Wir sind weiterhin im DLC Endfight, möchte ich das mal nennen. Und ja, der liebe Endfight hier hat noch eine zweite Phase bekommen, die mittlerweile schwerer ist. Okay, das ist natürlich irgendwie so ein guten alten Topdown-Shooter. Nur da jetzt man hier halt jedes Mal, wenn man ein Stück einfach neues Leben bekommt, dann geht's weiter und so. Also sterben ist hier nicht so schlimm. Und das finde ich gut. Ah, aber ich sterbe trotzdem unbauernd. Ja, das ist ja zum Glück nicht so wilde, da man hier ja zum Glück immer wieder neu sich regeneriert und der Speicherstand ja, also es wird ja zum Glück erhalten. Das ist weit wie man war, ne? Erstmal hier die scheiß Geschütztürme weg, die Regen ist sowieso offen. So, und jetzt können wir uns um die restlichen Generatoren kümmern. Wo ist denn hier noch einer? Hier ist noch einer. Aua! So, wie lange brauchen wir das hier noch? Boah, ne, jetzt nochmal, nochmal mit Fässern bewerben hier oder was? Das ist ja scheiße. Das macht ja irgendwie gerade wenig Spaß. Ah, scheiße. Egal. Hat Moor noch ein bisschen Zeit, noch sein Fässer zu platzieren. Los Moor, kurz, kurz Fächer. Ah, Fässer, nicht Fächer. Oh, es ist mir hier einfach eindeutig zu viel. Ich hätte diese, diese uralten Top-Down-Shooter. Sind eh nix für mich, ganz ehrlich. Ah, geht einfach zu viel ab. Kriegst ja epileptische Anfälle, ey. Da, Gegner. Da, Tod. Ab hier gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Da gibt es keine Ausreden zum Tod. Let's play Portal 2. Zitat, ne? Ja, ausweichen. Ah, scheiße. Alter, wo ist Moor? Wo sind Fässer? Was geht hier ab? Moor? Habe ich was vergessen? Habe ich noch irgendwo ein Fass übersehen? Warum macht der liebe Moor nix mehr? Scheiß Dreck. Ach, da hinten ist noch ein Fass. Okay. Habe ich gar nicht gesehen. Ah, das ist jetzt echt gerade so ein bisschen actionlastig hier. Boah, jetzt macht der hier mal kaputt. Okay. Ach, da vorne steht auch noch ein Fass. Meine Güte. War's das jetzt bald mal? Okay. Äh? Alter, warum geht das jedes Mal von vorne los? Wie viele Phasen hat denn der Scheiß? Oder ist das ein Bug? Das rafe ich jetzt nicht. Wie viele Phasen hat denn der Mist? Ey, ganz ehrlich. Ich glaube ganz ehrlich, langsam ist das ein Bug. Obwohl, das ist wirklich, also es blitzt schon so ein bisschen. Also es könnte auch wirklich zum Spiel gehören, aber das ist jetzt langsam lange, also das nerft jetzt die Länge des Kampfes, ganz ehrlich. Das fängt mich jetzt an zu nerven. So ganz langsam. Übelst, na sehr ehrlich, fängt langsam echt zu nerven. Langsam nervt es mich. Weil ich natürlich auch jedes Mal draufgehe, noch einmal. Oder zweimal, dreimal, 15, 1000 Mal. Und man kommt halt nur langsam voran. Ich meine, klar, die Level-Idee ist gut. Da habe ich gar nichts dagegen, aber es zieht sich gerade zu lange hin. Hat ja der Endfight von Morbis Hale nicht so lange gedauert. Ganz ehrlich, da hat der gesamte Endfight vom Spiel nicht so lange gedauert. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen nachvoll. Also das zieht diesen simplen, den simplen Charakter von Morbis Hale zieht das ein bisschen runter. Hätten sie das ein bisschen gekürzt und bei einer Phase gelassen, wäre es vollkommen in Ordnung gewesen. Naja, was soll's. Lass mir hier noch diese Geschützdinger ausschalten. Au, oah. Ja, tötet mich, ist auch. Ich raste natürlich auch immer voll in die Stripze rein. Oh, ja, hört auf mich an zu kotzen. Es kotzt mich an. Jetzt kotzt du mich an, ey. Oh, ja, 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 ja. Wann ist es endlich fertig? Aua. Ey, müsste irgendjemand mal echt mitzählen, wie häufig hier sie zu stormen sind. In dieser Einszene, ey. Ey, das rückt mich auf. Oh, guck mal. Ich glaube, jetzt ist es kaputt. Ja. Das schien es gewesen zu sein. Und ich brauche noch einen Typen zum Fressen. Will hier nicht noch irgendwo einen Typ zum Essen rumstehen? Ey, das rückt mich auf. Da hat man schon wieder nicht alles gefressen, was in dem Level zu fressen gibt, ey. Naja, was soll's. Ey, das rückt mich auf. Naja, was soll's. Beenden wir das Spiel an dieser Stelle. Und dann war's dann. Muss ich das alles nochmal privat spielen. Nur wegen diesem scheiß Archiv. Naja, was soll's. Kann man nicht ändern. Wir beenden jetzt das Level an dieser Stelle, Leute. Und ich verabschiede mich. Langsam. Ach, das ist der Typ vom Anfang. Habe ich jetzt hier 100% oder nicht? Ihr habt doch jetzt 60% gefressen. Äh, scheiß drauf. Ich glaube es nicht. Naja, was soll's. Ist ja dann auch egal. Dann haben wir irgendwo irgendjemanden übersehen. Ist ja egal. So, Messers haben wir schon gespielt. Und ja, damit verabschieden wir uns jetzt. Das haben wir jetzt alle DLCs durchgespielt von Vemo. Und damit kann ich jetzt wirklich reinen Herzens sagen, ich verabschiede mich von diesem Let's Play. Und wir sehen uns demnächst wieder. Mal gucken. Ja, hier haben wir nicht 100% die Schaft. Haben auch keine 100% die Schaft. Und auch keine 100%. Zum Teufel! Naja, was soll's, Leute. Also, wir sehen uns dann in einem nächsten Let's Play wieder. Ich verabschiede mich. Und ja, bis denne. Tschüss, Siegowski. Und ich hoffe, wir haben die DLCs gefallen. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.